Dann wieder Dynamo. Und das kennen wir schon. Langer Ball von Schünemann auf Srebreni und er auf Pröger. Kai Pröger packt den Hammer aus. 76. Minute, 2-0. Was für ein trockener Schuss. Vierter Treffer für Pröger im Pokal. Wahrscheinlich schon die Vorentscheidung. Pröger mit einem Treffer, der es mit Sicherheit in die Best-ofs dieser Saison schaffen wird.